Mann, wo ist denn dieses scheiß Handy hin? Mama? Ja? Weißt du, wo mein Handy ist? Das liegt auf dem Schrank. Nein, das liegt da nicht. Wenn ich jetzt rüberkomme und das liegt da, dann lernt du mich von einer anderen Seite kennen, Freundchen. Na komm doch gucken, das ist da nicht. Dann zeig mal her. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Und was ist das hier bitte? Willst du mich verarschen? Das lag da eben noch nicht. Na warte, Freundchen. Nein, bleib ruhig, es tut mir leid, tut mir leid.